Wir haben ein besonderes, breites Sortiment. Eine Vielzahl von den Pflanzen, die im Sommer im Balkon und Terrasse kommen, werden von uns produziert. Da gibt es in besonders guter Gärtnerqualität, in einer besonderen Sortimentsvielfalt, sowie wunderbaren Accessoires rund um Haus und Garten, die den Aufenthalt im grünen Bereich schöner machen. Wir haben hier auch ein separates Gebäude, unser Blumenpavillon, wo Sie die Blumenbindemeisterin und ihre Kolleginnen bedienen. Wir sind bei der Fleuropp und Sie können bei uns Blumensträuße, Gestecke aller Art bestellen und wir erhalten täglich frische Blumen von den Schnittblumenlieferanten, sodass wir bei uns immer eine Top-Qualität in einer sehr großen Vielfalt bekommen. In anderen großflächigen Märkten muss man immer Leute suchen. Bei uns ist jede Person ansprechbar. Wir haben ausschließlich Fachleute. Hier fast alles sind Gärtner. Jeder kann sie beraten und für jede Besonderheit zum Thema Pflanzenschutz gibt es dann auch noch immer speziell geschulte Mitarbeiter, sodass wir auch für die verschiedenen Bereiche Spezialisten haben, bei denen Sie auch sehr detaillierte Fragen stellen können, die wir Ihnen gerne beantworten. Die Firma Hermann-Rote-Gartenbau steht als Traditionsbetrieb, der Familien geführt wird, seit über 100 Jahren, für eine super Qualität mit einer großen Auswahl von Pflanzen für Zehlendorf, für Berlin und das Umfeld und bietet hier dem Pflanzenfreund ein schönes Einkaufen in einem schönen Geschäft in einer Riesenauswahl.